willkommen auf meinem kanal ich möchte euch heute hier in gruppe vorstellen laumatrice kl11-4 der kostet 8500 euro hat eine arbeitsbreite von vier meter benötigt eine leistung von 110 ps entsprechen 81 hw der kostet 6 euro unterhalt am tag wenn du mieten möchtest 28 euro die stunde damit hier das gute stück bin schon damit müssen durch die gegend man sieht also er wird schmutzig senkt man mal das gerät dann kann ich jetzt hier mit der linken maustaste jetzt wie man hier sieht also die noch mal stellen dass der normal hier ein paar zentimeter extra bis zwölf zentimeter in die erde rein geht also jetzt ist hier auf normal und schauen wir mal was das gps sagt er sagt vier meter dann fahren wir mal los und schauen wir mal wieder hier arbeitet besten hier durch ein frisches feld durch das ist was am besten also sieht ordentlich aus haben es nun mal heben wir mal an dann sehen wir hier wenn jetzt die linke maus hier die räder ich die einfangen kann und ausfahren so ding so gefahren aufkleber oder ein firmen schild habe jetzt nicht gesehen bauen also zurück stellen mal ab sehen wie es so ausschaut wenn ich ihn abhänge hier sieht auch gut aus schauen ob da noch was ist nein da kann man sonst nix machen mitten kann man nicht extra einklappen oder ausklappen ja wenn euch das video gefallen hat dann schaut es wieder rein würde mich natürlich freuen damit sage ich servus gris euch euer franz